Hallo, mein Name ist Natascha Wehnert. Ich bin Oberärztin in der Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Endoskopie in der Erstlebisthenik Barmbeck. Wir beschäftigen uns in unserer Abteilung mit allen Organen im Bauchraum, mit der Leber, der Bauchspeicheldrüse, Gallenblase, Milz, aber natürlich auch mit der Speiseröhre, dem Magen, Dünndarm, Dickdarm. Wir machen ganz viel Ultraschalldiagnostik, also Sonographie und auch Endoskopie. Und mein Spezialgebiet ist die Hepatologie, also alles, was die Leber angeht.